Hallo, guten Morgen, meine liebe Freunde und Freundinnen. Hier ist euer Reporter an die Front von der Europameisterschaft in des Deutschen Landes. Jawohl. Gestern oben haben wir die Holländer gegen die Engeländer gespielt. Aha. Ich finde die Holländer so gern. Wenn die in die Spiele gehen, die ganze Fenster, dann machen die ein richtig tolles Tanzmitte auf der Straße. So auf die Fenmeile. Da sieht die so toll aus. Deshalb hätte ich die Holländer eigentlich ganz gern die Fönscher gedrückt. Aber ich wusste genau, wenn ich die drücke, wups, verliere sie. Und so ist es passiert. Ich habe nur heimlich gedrückt die Fönscher, weil ich die so gern ziehe und schon haben sie verliert. Jawohl. So, jetzt haben wir den Salat. Also, jetzt ist sie in die Endspiel, ist jetzt der Engländerer und der Spanier. Ja, die sind jetzt in die Endspiel und spielen um die Meisterschaft. Jawohl. Aber die Holländerer und die Franzose, die spielen nochmal um den dritten Platz. Ja, dann sind nicht die Holländerer doch nochmal bestimmt als der öfter Fenmeile. Ich hoffe, dass dann so viele Dosen. Das sieht so gut aus. So einmal rechts und einmal links und so. Das macht doch nicht ganz toll. Aha. Ja. So. Und im Moment sieht es bei mir drüber aus. Also so drüber, als wenn es heute noch eine geht. Tja, das ist natürlich dann weniger schön. Ja. Aber dann quält mich meine Fräuline ja nicht mit die Lapül. Da brauche ich mich gar nicht erst zu verstecken. Da geht sie sowieso nicht drin. Aha. Ja. So ist das. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag heute. Ja, mal an Donnerstag. Und genießt, 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 genießt das Wetter, egal wie es ist, ob ihr dreht oder nicht. Es ist schon in Ordnung so, ne? Also bis dann, euer, euer, euer Reporterist von die, von die Europameisterschaft. Der Mogli mit die weiße Socke.